Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu meinem reproduzierten Vortrag, den ich Ende November 2015 in Hamburg im Rahmen der Campus Innovation gehalten habe. Es handelt sich um einen formativen Vortrag, der aus drei Teilen besteht, einem Vorab-Video, Fragen, die ich dem Publikum stelle und die Sie über Ihre mobilen Endgeräte beantworten können und aus einer PowerPoint-Präsentation, die je nach Frage und Antwort Ergebnissen in verschiedene Richtungen verzweigen kann. Doch schon mit der ersten Frage zu Beginn meines Vortrages, nämlich der Frage nach dem Lehrdeputat, musste ich feststellen, dass die meisten Zuhörer im Live-Vortrag überhaupt nicht in der Lehre tätig waren. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich die Grundlagen in meiner Gliederung, die Grundlagen, etwas ausführlicher darstellen musste, als ich das wollte. Beginnen wir also mit einer Zeitreise, einer Zeitreise ins 17. Jahrhundert, in einen Hörsaal einer dortigen Hochschule. Und wenn Sie sich nun vorstellen, dass Sie dank gelungener Reinkarnation im Jahr 2015 wieder aufwachten, in einem Hörsaal, wie wäre Ihre Reaktion? Nun, Sie würden wahrscheinlich sagen, hier war ich doch schon mal. Oder nehmen Sie Otto von Bismarck, deutscher Reichskanzler, teleportieren Sie ihn aus einem Hörsaal des 19. Jahrhunderts in einen Hörsaal des Jahres 2015. Was würde er feststellen? Überhaupt keine Unterschiede, bis auf, ah, PowerPoint. Meine Damen und Herren, das ist die Realität der deutschen Hochschullehre. Die Vorlesung findet immer noch so statt, wie in all den Jahren zuvor. Und das ist meine Realität. Mein Name ist Jürgen Handke, ich bin Anglist, Computerlinguist und befasse mich mit Webtechnologie an der Philips-Universität Marburg. Und ich habe meine Lehre vollständig digitalisiert. Ich habe sie so digitalisiert, dass dieses hier das Ergebnis meiner Vorlesung ist. Und die große Frage ist, wie bin ich dahin gekommen und welche Effekte hat das Ganze? In meinem Live-Vortrag habe ich versucht, mit einer Frage zu ermitteln, wie viel Vorwissen über das bereits vorhanden ist, was ich nun in der Folge eigentlich weglassen wollte. Die Frage lautete, auf wen geht die Idee des Inverted Classroom zurück? Nun, es ist in der Tat Maureen Lake, die zusammen mit Glenn Platt und Michael Traglia im Jahre 2000 eine entsprechende Publikation veröffentlicht hat. Inverting the Classroom hieß das Ganze. Nun, das Vorwissen im Publikum war leider nicht da. Insofern musste ich dann doch etwas ausführlicher tätig werden. Und das möchte ich nun in der Folge tun. Die Frage ist also, wie bekomme ich eine digitale Lerneinheit, Entschuldigung, eine klassische Lerneinheit in eine digitale Lerneinheit überführt. Schauen wir uns das zunächst mal an. In der klassischen Lehre sieht es ja so aus, dass Sie zunächst mal Inhalt haben. Dieser Inhalt, der kommt aus Büchern, der kommt zum Teil natürlich auch heute aus dem Internet, aber im Wesentlichen hier dargestellt durch diese Figur aus dem Kopf eines Vortragenden, aus dem Kopf des Dozenten, der für diese Lerneinheit verantwortlich ist. Zusätzlich gibt es Inhaltsvermittlungs- und Inhaltserschließungsszenarien. Sie sehen hier, die sind nicht immer so zielführend, wie wir das gerne hätten. Und dann gibt es Begleitmaterialien, natürlich in der Regel papierbasierte Materialien, aber auch PDF-Dokumente, die durchaus digital vorgehalten werden. Aber das Ganze ist eben die traditionelle, die klassische Lerneinheit. Und die verteilt sich dann auf zwei Phasen. Die Phase 1 findet im Hörsaal statt. Dort werden die Inhalte vermittelt. Dort werden die Inhalte erschlossen von den Studierenden an einem Ort zu einer Zeit durch eine Person. Und im Anschluss daran, da gibt es dann die Phase der Inhaltsvertiefung. Die findet außerhalb vom Hörsaal statt. Auch natürlich am Computer, durchaus mit digitalen Szenarien, die man einsetzt. Aber es ist in der Regel die klassische Hausarbeit, Datenanalysen, Recherchen und so weiter und so fort. Nun digitalisieren wir diese Lerneinheit. Das heißt, wir überführen das, was hier drüben ist, in digitale Formate. Zum Beispiel den Inhalt, multimediale Lehr- und Lernszenarien, Open Educational Resources, Videos und natürlich all das, was wir im Internet vorfinden. Die Inhaltsvermittlung und Inhaltserschließung ist nun ebenfalls digital. Sie erfolgt über den Computer und mit Hilfe von computergestützten Methoden, also zum Beispiel, wie man hier sieht, den mobilen Endgeräten. Und die Begleitmaterialien, auch die sind nun digitalisiert worden. Das heißt, alle Materialien, auch hier kann man Videos wieder einsetzen, alles das, was zur Erklärung dient, liegt nun digital vor. Nicht zu vergessen, die sozialen Netzwerke, die ebenfalls wichtiger Bestandteil der modernen Hochschullehrer sind. Nun, wenn wir uns diese zwei Phasen anschauen und ich habe bewusst hier zwei unterschiedliche Farben gewählt, dann passt das Ganze ja nicht mehr. Dann passt das nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Denn digitalisierte Inhalte im Hörsaal vorzutragen, halte ich für wenig produktiv. Man kann ja schlecht Webseiten durchklicken, die ohnehin jeder kennt oder Videos zeigen, zu denen jeder Teilnehmer der Lehrveranstaltung Zugang hat. Das funktioniert also nicht. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, was passiert denn überhaupt im Hörsaal? Was kann ich dort tun? Nun, die entscheidende Möglichkeit, die einzige Möglichkeit ist, dass die Inhalte selbst aus dem Hörsaal herausgehen, ihm sozusagen vorangestellt werden, die digitalisierten Inhalte, und sie nun außerhalb vom Hörsaal ortsunabhängig, zeitunabhängig und auch nach dem eigenen Lerntempo erschlossen werden können. Immer noch die Frage, was passiert im Hörsaal? Nun, es gibt im Prinzip nur die Möglichkeit, dass wir die Inhalte, die vorher außerhalb vom Hörsaal zur Verfügung standen, nun in den Hörsaal hineinziehen und damit die gesamten Aktivitäten auf der Zeitachse von rechts nach links verschieben. Das heißt, das, was vorher außerhalb vom Hörsaal stattfand, ist nun innerhalb vom Hörsaal die wichtigste Aktivität. Das heißt, wir vertiefen, wir üben, wir diskutieren und so weiter die Inhalte, die vor dem Hörsaal bereits durchgegangen worden sind. Dieses Modell nennt man den Inverted Classroom. Nun haben wir eigentlich nicht den Klassenraum invertiert, sondern wir haben eher die Lehr- und Lernaktivitäten auf der Zeitachse verschoben. Aber dieser Begriff Inverted Classroom, der sich nun in den Hochschulen auch breitgemacht hat und mit gewissem Stolz, darf ich sagen, auch ich konnte zu dieser Verbreitung beitragen. Dieser Begriff ist nun sozusagen die Basis für das Lehr- und Lernmodell im 21. Jahrhundert mit digitalisierten Inhalten. So sieht der Inverted Classroom aus. Inhaltserschließung, Phase 1, Inhalt selbst. Das ist nebenbei bemerkt, ist unser spezielles Modell, das Inverted Classroom Mastery Model. Das Modell, bei dem zusätzlich zwischen Phase 1 und Phase 2 ein Mastery-Test dazwischen geschaltet ist, um zu ermitteln, wie gut vorbereitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Lehrveranstaltung vorbereitet sind. Die Phase 2 dann die Inhaltsvertiefung. Und hier sehen Sie schon etwas, was gar nicht so zielführend ist heutzutage. Man bewegt sich als Dozent nun durch die Reihen. Die Kommunikation ist dadurch relativ eingeschränkt. Aber es wäre viel zielführender, hier vielleicht Lerninseln zu haben, bei denen die Lernenden auch untereinander besser kommunizieren könnten, als sie das in der klassischen Hörsaalarchitektur, als es ihnen dort möglich ist. Wie kriegen wir das hin? Das ist natürlich die Frage. Wie können wir das überhaupt schaffen, die Lehre zu digitalisieren? Nun, wenn Sie sich die Frage stellen, wer das machen soll, dann gibt es im Prinzip nur eine Antwort. Es müssen wohl oder übel die Lehrenden selbst machen. Die Lehrenden haben ja immer auch ihre Lehre selbst gemacht. Sie haben ja nicht von jemand anderem die Lehre eingekauft und sie von einem Schauspieler vorführen lassen. Sie haben die Lehre selbst gemacht. Das Problem ist nur, es ist so unendlich viel mehr, was heute daran hängt. Deshalb stellen Sie sich die Frage, wie sollen Sie das machen? Wann sollen Sie das machen? Was sollen Sie überhaupt machen? Und natürlich auch die Frage, wer unterstützt Sie denn dabei? Nun, eine wichtige Frage ist, haben Sie überhaupt die Zeit dazu? Und um das herauszubekommen, habe ich eine Frage gestellt, nämlich wie viel Prozent seiner Arbeitszeit wendet ein Hochschullehrer an einer deutschen Uni für die Lehre inklusive Prüfen auf? Sie wissen, an einer Universität hat man acht Semesterwochenstunden Lehrdeputat als Hochschullehrer. Also die Frage, wie viel Prozent? Und das sind die Ergebnisse, die uns da bei der Umfrage live übermittelt wurden. Allerdings ist es so, dass in der Tat der Median mit 25 Prozent fast das Ergebnis trifft. Es sind nämlich 26 Prozent. Und übertragen auf die Gesamttätigkeit eines Hochschullehrers in der Studie von Jakob und Teichler, die im Jahr 2011 veröffentlicht wurde, sagten in der Tat die deutschen Hochschullehrer an Universitäten, sie wenden 26 Prozent ihrer Gesamttätigkeit für die Lehre auf. Und sie haben zusätzlich angegeben, dass sie 52 Stunden in der Woche tätig sind. Das ist der Wert, der aus dieser Studie entnommen wurde. Überträgt man das nun auf die 42 Stunden, die man im Jahr arbeitet, Krankenstand nicht inkludiert, dann kommt man auf den Gesamtwert von 568 Stunden für die Lehre im Laufe eines Jahres. Reicht das aus? Nun, wenn man mal alle Tätigkeiten, die für die Lehre interessant sind, zusammenrechnet, dann sieht man hier, es reicht natürlich nicht. Allein für die Präsenzlehre und die Vor- und Nachbereitung brauchen Sie bereits 480 Stunden. Sie haben ganze 568. Nehmen Sie Korrekturen, Examina, mündliche Prüfung, Beratung in Sprechstunden hinzu, dann kommen Sie auf den Wert von 1260 Stunden. Sie haben aber nur 568 Stunden. Das heißt, es ist überhaupt keine Zeit für eine vernünftige Lehre da und schon gar keine Zeit für die zusätzliche Digitalisierung der Lehr- und Lernelemente. Was ist also zu tun? Nun, Sie können einiges reduzieren. Sie können die Vor- und Nachbereitung reduzieren. Sie können die Korrekturen durch Integration von Electronic Assessment reduzieren. Aber Sie kommen in keinem Fall auf einen Wert, der dem entspricht, was Sie tatsächlich angeben, zu tun. Nämlich die 568 Stunden. Die einzige Möglichkeit ist, Sie müssen andere Kontingente anknabbern, zum Beispiel die Forschung, und es so machen, dass die Forschung zu Ihrer Lehre wird. Oder umgekehrt, die Lehre ist Ihre Forschung. Nun, das ergibt als Konsequenz, dass die Digitalisierung nur dann gelingt, wenn mehr Zeit für die Lehre bleibt, wenn auch Lehre ein akademisches Qualitätskriterium wird. Das heißt, die Lehre muss neu wertgeschätzt werden im Verhältnis zur Forschung, damit sich Lehrende überhaupt der Digitalisierung verschreiben. Was können Sie tun, wenn Sie die Digitalisierung durchgeführt haben, wenn die Digitalisierung gelingt? Schauen wir uns nochmal das Standardmodell an, das Inverted Classroom-Modell, in unserem Fall das Inverted Classroom-Mastery-Modell. Wir können nun dieses Modell mit einer Reihe von Parametern assoziieren und uns fragen, was passiert, wenn dieses Lehrmodell, dieses Basismodell der digitalisierten Lehre zum Einsatz kommt. Was können wir alles verändern? Hier die Parameter. Wir könnten zum Beispiel fragen oder zunächst mal auf dieses Modell beziehen. Es ist ein getaktetes Modell. Das heißt, es findet im zum Beispiel Wochenrhythmus statt. Man hat eine Zielgruppe zu bedienen. Die Inhaltsvertiefung findet im Hörsaal statt. Und dann gibt es noch eine Reihe von Parametern, wie zum Beispiel die curriculare Integration. Natürlich ist das Ganze curricular integriert. Wir haben einen Lernbetreuer. Wir haben möglicherweise Zusatzpersonal. Es wird zertifiziert. Und das Lehrdeputat liegt bei zwei Stunden pro Woche. Jetzt könnten wir überlegen, welche Varianten, welche Kursformate könnten aus diesem Basismodell entstehen. Ein erster Parameter, den wir ändern könnten, ist der der unterschiedlichen Zielgruppe. Das heißt, wir können uns überlegen, können wir denn nicht auch zwei verschiedene Gruppen mit einem Kurs bedienen. Das 2 in 1 Konzept. So machen zum Beispiel viele deutsche Hochschulen etwas, was ich selbst so nicht gut finde. Sie bedienen verschiedene Zielgruppen mit den gleichen Inhalten. Beispiel, in den Lehramtsstudiengängen sitzen gleichzeitig BA-Studierende, möglicherweise auch Master-Studierende. Im gleichen Kurs werden mit den gleichen Inhalten versorgt, obwohl es eigentlich verschiedene sein müssten. Man muss nur in die Modulordnung und in die Lehrerverordnung schauen. Dann sieht man schon, da sind unterschiedliche Inhalte erforderlich. Sie können das digital sehr einfach lösen. Sie haben zwei verschiedene digitale Unterfütterungen, also zwei verschiedene digitale Kurse. Und im Hörsaal setzen Sie dann die verschiedenen Gruppen entsprechend und bedienen sie mit zum Beispiel Tutorinnen oder Tutoren zielgerichtet, aber auch in jedem Fall mit unterschiedlichen Übungs- und Vertiefungsmaterialen. Und schon haben Sie das Zielgruppenproblem gelöst. Es wäre auch denkbar, dass hier zwei völlig verschiedene Kurse angeboten werden und man in 14 täglichen Wechsel die Teilnehmer in den Hörsaal kommen lässt und sie dann zielgerichtet bei eben einer Reduktion der Präsenzphase mit Ihren Inhalten zur Vertiefung bedient. Ein Format, was wir ganz neu einsetzen, ist das FLOG-Format. FLOG steht hierbei für flexibler On-Campus-Kurs. Es ist ein Kurs, der die zeitliche Taktung, wie man hier unten sieht, aushebelt. In der Regel, und das haben wir ja seit Jahren gesagt, wird in der Digitalisierung die zeitliche Taktung aufgehoben. In der Regel aber ist das ja überhaupt nicht der Fall. Studierende haben einen Semesterbeginn und ein Semesterende und innerhalb dieser Semesterzeit eine klare Taktung der Lehrveranstaltungen. Zum Beispiel den Wochenrhythmus. Und wir haben uns überlegt, wenn alles digital vorliegt, dann können Sie doch diesen Teil, den digitalen Teil, durchaus auch mit eigenen Taktungen versehen. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich möchte den Kurs nicht im Sieben-Tages-Rhythmus durchführen, sondern im Fünftages-Rhythmus oder gar im Dreitages-Rhythmus. Als Konsequenz entstehen dann verschiedene Termine für die Abschlussprüfung. Und damit können Studierende ihre Abschlussprüfungen im Gesamtkontext ihres Studiums entzerren. Ein ganz entscheidender Mehrwert für die Studierenden in puncto Studierbarkeit. Oder nehmen Sie nun den Parameter Hörsaal. Wenn wir den auf Minus stellen, das heißt, wir haben keinen Hörsaal mehr, wir erlauben die asynchrone Inhaltsvertiefung, haben aber eine Phase, die das auch betreut, dann haben Sie einen typischen On-Campus-Online-Kurs. Und solche Kursformate verwenden wir zum Beispiel im Verhinderungsfall, wenn Studierende krank sind, wenn sie schwanger sind, wenn sie im Ausland sind oder wenn sie schlicht und einfach über Stundenplan-Kollisionen, von Stundenplan-Kollisionen betroffen sind, zum Beispiel mit einem Zweitfach im Lehramtsstudium. Dann können Sie in solchen Fällen einen Kurs online belegen, zusammen mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen in dem Standardkurs, werden aber in der Vertiefungsphase speziell mit entsprechenden Materialien versorgt. Die Variante des Online-Kurses, die international angeboten wird, ist natürlich der Massive Open Online-Kurs, bei dem wir uns nun nicht mehr die Teilnehmerzahlen in irgendeiner Form als Basis nehmen. Dieser Kurs ist offen, er ist unbegrenzt und er ist aber auch nicht im Curriculum verankert. Er kann nicht zertifiziert werden, er wird nicht betreut, ganz wichtig, die Inhaltsvertiefung nun, die kann nicht mehr betreut werden. Wir haben ja gar nicht die Lehrkapazitäten, um so etwas anzubieten. Das heißt, man muss hier einen hohen Automatisierungsgrad erreichen. Mit unseren MOOCs, die wir im Virtual Linguistics Campus anbieten, haben wir das. Wir betreuen diese Kurse nicht mehr. Sie laufen automatisch, sie laufen sogar so automatisch, dass die Taktung nun auch vollständig aufgehoben ist. Und das sind unsere P-MOOCs, unsere Permanent oder Personalized MOOCs, in denen jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, egal woher er oder sie kommen, die eigene Taktung selbstbestimmt. Das heißt, den Rhythmus, in dem die Lerneinheiten durchgegangen werden, und auch die entsprechenden Inhalte, in welcher Reihenfolge man sie nun durchgehen möchte. Soweit zu den Kursformaten. Kommen wir nun letztlich noch zu den Mehrwerten. Bei einer Tagung wie der Campus Innovation ist irgendwie jedem Teilnehmer dieser Tagung klar, dass die Digitalisierung enorme Mehrwerte nach sich zieht. Wir haben das jahrelang propagiert. Ich selbst habe auch viel Mühe dafür verwendet, in meinen Publikationen immer wieder auf die inhaltlichen Mehrwerte, auf Mehrwerte wie Transparenz hinzuweisen. Doch mittlerweile muss ich eingestehen, dass diese Mehrwertdebatte eigentlich in die falsche Richtung gegangen ist. Denn jeder Mehrwert, den wir über die Jahre propagiert hatten, jeder dieser Mehrwerte kann uns auch in Minderwerte umgedreht werden. Nehmen wir den sogenannten Mehrwert der Transparenz der Inhalte aus Sicht der Lehrenden, ist das gar nicht so ein Mehrwert. Denn viele meiner Fachkolleginnen und Kollegen wollen überhaupt nicht transparent sein. Sie wollen überhaupt nicht, dass man die Lehre in irgendeiner Form untersuchen kann, dass man die Lehrbefähigung sieht, dass man sieht, wie sie vortragen, wie sie Inhalte vermitteln. Und die Studierenden, wollen die die Transparenz der Inhalte? Oder möglicherweise auch gar nicht, denn dann ist ihr Wissen sozusagen vorhersagbar. Man kann ihnen genau nachweisen, dies und jenes hast du bereits im Laufe deines Studiums gehabt. Sie sehen also, diese ganzen Mehrwerte, die über die Jahre propagiert wurden, und ich könnte das für jeden anderen Mehrwert auch machen, können uns auch in Minderwerte umgedreht werden. Insofern sehe ich die Mehrwertdebatte auf einem anderen Niveau. Natürlich ist die Frage nach wie vor da, welche Mehrwerte entstehen durch die Digitalisierung und was ist für die Digitalisierung von wem und wie und in welcher Form zu leisten. Wichtig ist aber, dass wir die Mehrwerte auf die einzelnen Gruppen beziehen, nämlich die Protagonisten der Digitalisierung, die Lehrenden, die Hochschulen, die Politik und natürlich die Studierenden. Beginnen wir mit der Politik und schauen wir uns zunächst mal an, welche Minderwerte für die Politik entstehen. Da sind zunächst mal Investitionen, es muss Geld generiert werden, das mit entsprechenden Fördermaßnahmen die Digitalisierung befeuert. Es müssen Bekenntnisse für die Lehre entwickelt werden, die nun nicht mehr nur die Forschung ins Zentrum des politischen Interesses stellen, sondern eben auch die Lehre und entsprechende Fördermaßnahmen generiert werden. Das sind natürlich Minderwerte. Hier muss Geld in die Hand genommen werden und es müssen Bekenntnisse erfolgen. Ja und die Mehrwerte, das sind im Wesentlichen Prestige und Außenwirkung. Viel mehr ist da nicht. Wenn also die Bundesregierung die Digitalisierung der Lehre fördert, dann kann sie möglicherweise Deutschland von einem unteren Rang auf einen vorderen Rang der Digitalisierung der Lehre katapultieren. Man ist modern, man folgt dem generellen Trend der Zeit. Für die Hochschulen sieht das Ganze ähnlich aus. Da ist zunächst mal ein Bekenntnis zur Lehre erforderlich. Ohne dieses Bekenntnis zur Lehre funktioniert die Digitalisierung nicht. Diese Wertschätzung der Lehre ist der zentrale Aspekt, den die Hochschulen neu denken müssen, neu einführen müssen, um ihre Lehrenden mit diesen wenigen Zeitkontingenten in die Digitalisierung in irgendeiner Form hineinzubekommen. Sie müssten möglicherweise auch ihre eigenen Fördermittel, QSL-Mittel, Qualitätssicherung für die Lehre, was immer die Hochschulen haben, möglicherweise kontingentieren und sagen, das und das investieren wir für die Lehre. Bei Neubauten, ich hatte es bereits erwähnt, müsste man an neue Architekturen denken. Es gibt Hochschulen in Deutschland und Österreich, die das bereits andenken. Ich erwähne immer gern die Fachhochschule Krems, die mit ihrem Smart Working Projekt hier vielleicht durchaus Vorreiter ist oder die Deutsche Hochschule in Coburg, die große Anstrengungen unternimmt, ihre Lehre zukunftsfähig zu machen, auch im Hinblick auf die entsprechenden Architekturen. Ja, und die Konkurrenz? Nun, die Konkurrenz, auch das ist ein Minderwert. Man ist nicht mehr alleine in der Hochschule, sondern man hat Konkurrenz von außen und der muss man sich in irgendeiner Form stellen. Ein Mehrwert entsteht aber. Bessere Skalierbarkeit. Ich habe es extra auf grün hier, in grüner Farbe dargestellt. Mit den digitalen Kursformaten können Sie nun Kurse skalieren. Sie müssen keine Nebenseele mehr anmieten, um dort möglicherweise den Inhalt per Videokonferenz zu übertragen. Sie müssen auch keine Kirchenräume oder Kinoseele oder Zelte anmieten. Mit klugen 2 in 1 oder Flock-Konzepten, auch Online-Lehre on Campus, können Sie das Skalierungsproblem umgehen. Ob man inhaltliche Quantitätsgarantien und Nachhaltigkeit wünscht, ist eine andere Frage, aber eben der Aspekt der Skalierbarkeit ist wirklich ein neues Gut für die Hochschulen und die Hochschulleitungen selbst. Für die Lehrenden bedeutet die Digitalisierung zunächst einmal Arbeit. Keine zeithoher Aufwand. Viele sehen auch den Änderungsbedarf gar nicht. Sie sind trotz ihrer immer weiter in den Keller absackenden Präsenz-Teilnahme-Zahlen mit ihrer eigenen Lehre zufrieden und fürchten, dass sie mehr Medienkompetenz haben müssen, was unumgänglich ist und den ganzen Schulungsbedarf natürlich. Und dann werden diffuse Argumente hervorgebracht wie Ängste und Kontrollverlust. Also die Lehrenden haben große Probleme mit der Digitalisierung. Und was können sie gewinnen? Nun eigentlich können sie nur wenig gewinnen, von dem man sofort Mehrwerte ableiten kann. Einen Mehrwert habe ich hier ganz unten hingeschrieben, die externe Wertschätzung durch extern verfügbare Lehrmaterialien. Hier können sie sich tatsächlich Lob abholen, natürlich auch Kritik, wenn sie es wollen, zum Beispiel durch Lehrvideos auf offenen Kanälen, durch Materialien im Internet, wo sie dann Rückmeldungen bekommen über die so hoffentlich gute Qualität ihrer Materialien. Diese Wertschätzung gibt es an den Hochschulen selbst nicht. Es kommt ja niemand zu Ihnen und sagt, gestern haben Sie aber gut gelehrt, Herr Kollege. Das wird nicht gemacht. Die Lehre bleibt unter Verschluss, aber durch die Öffnung können Sie nun tatsächlich neue Wertschätzung auch für sich selbst generieren. Ja, und die Studierenden, für die ist es auch ein höherer Aufwand und eine vor allem höhere Lehrdisziplin. Sie müssen nun diese gewonnene Freiheit auch vernünftig nutzen. Sie können nicht alles immer verschieben auf den nächsten Tag, sondern Sie müssen durchaus Ihre eigenen Rhythmen auch festlegen in der Bearbeitung der digitalen Lehr- und Lernszenarien. Und in den Präsenzphasen, wo nun der Dozent Zeit für Sie hat, mögen Sie durchaus auch die Betreuung als nervig empfinden. Aber Sie haben einen Vorteil und den hatte ich genannt. Mit digitalen Kursformaten können wir in entscheidendem Maße die Studierbarkeit erhöhen und damit einen Mehrwert generieren für Studierende, den es so bisher nicht gab. Durch diesen Mehrwert ist es bei mir am Institut gelungen, die Studierenden erstmalig ins Boot zu bekommen und zwar so, dass sie selbsttätig die entsprechenden Verordnungen hinterfragt haben, die Prüfungsämter kontaktiert haben, um die FLOG-Formate, die ich eben genannt hatte, auch sauber, curricular zu verankern. Das ist in der Tat ein Mehrwert. Ja, was ist zu tun? Jede Menge. Die Lehrenden, hier ist Coaching erforderlich, möglichst in ganz kleinen Gruppen, um auch den Lehrenden die Angst zu nehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch Fragen zu stellen, die in großen Gruppen nicht gestellt werden würden. Die Studierenden müssen Eigenverantwortlichkeit lernen, die Hochschulen zentral das Bekenntnis zur Lehre. Ich habe es an vielen Stellen schon immer wieder gesagt, die deutschen Hochschulen haben nur in seltenen Fällen überhaupt einen Link zur Lehre auf ihrer Homepage, sprechen aber immer von Studium und Lehre, nur die Lehre wird nicht dargestellt. Weder mit ihren guten Projekten noch mit ihren Top-Lehrenden. Es wird einfach unter Verschluss gehalten. Hier ist Änderungsbedarf dringend erforderlich. Ja, und die Politik, hier gibt es natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, gezielte Mittelvergabe, es müssen Zentren gefördert werden, es muss der Mittelbau gefördert werden, der ja ganz maßgeblich an der Digitalisierung der Lehre beteiligt ist und nicht notwendigerweise immer nur die Hochschullehrer selbst. Das, meine Damen und Herren, sind die Maßnahmen, das sind die Mehrwerte und das sind die Grundlagen der Digitalisierung, die ich nun doch etwas ausführlicher Ihnen versucht habe, näher zu bringen, weil eben das Publikum ein anderes war, als ich es ursprünglich erwartet habe. In diesem Sinne hier sehen Sie noch die Literatur, die die Grundlage meiner Ausführungen auch zum Teil zumindest darstellt. Natürlich die Erfahrungen im Virtual Linguistics Campus. Das alles ist das Paket, was ich Ihnen nachträglich zur Campus Innovation liefern wollte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das alles ist das Paket.